Und das Wetter bleibt heute leider nur bedeckt, doch vereinzelt... Wolltest du gehst auf den ersten Arostag in der Bank? Das waren die News und jetzt geht's direkt weiter hier mit den CT-Radio-Charts am frühen Morgen. Für alle... Pass auf dich auf. Ja, Schatz, mach ich aber. Ich muss jetzt los. Was ist heute Abend? Ja, mir geht's rein. Du spell nie. Weißt duuguischd-ien inclu association mit dem liebsten Dieранgenheit ist nicht zwischen mir. Die Frauen das Alright. Die Frauenk類, die kommen in ihnen auf encontraren... Die Frauenkultur inttee. Die Frauenkultur. Die Frauenkultur verschemos vor dem España. Ganz abgest type. Herr Feilmanns, da werden wir am Nachsitz. Fragen Sie mich bitte. Ja. So, sag dir jetzt bitte mal alphabetisch. Übrigens, ich bin Jonas Heilmann, der Neue. Hey, mach dir nix draus, die meisten hier sind mies drauf. Danke. Apropos, ich bin Konrad Martins, der Sohn des Chefs. Jonas Heilmann. Jonas, nett dich kennenzulernen. Du bist aber auch noch was jünger, oder? Ja, ich mach ja auch wie du mein erstes Ausbildungsjahr. Aber ich muss jetzt auch weiter arbeiten. Ja, ich auch. So, denk dran um 10 Uhr ist Pause. Alles klar. Pause. Volksbank Viersen, Sie sprechen mit Jonas Heilmann, was kann ich für Sie tun? Wir werden die Bank überfallen und Geisel nehmen. Das ist doch nur ein Scherz, oder? Hallo? Leute, nehmen wir uns mal die Bank überfallen. Ja. Ja. Ja, das ist doch nur ein Scherz. Das ist doch nur ein Scherz. Los, 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 los! Los, 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 los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los! Pass auf dich auf! Pass auf, Mann! Hey, 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 hey! Komm her, Junge! Fick! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Ey, ihr bleibt doch noch gebunden! Los, los, los! Pass auf! Wir haben ihn! Jetzt auf, Junge! Nein! Nein! Doch, jetzt ist es auf! Jetzt ist es auf! Das war mein Test! Sie sind eingestellt! So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag! Jetzt geht's hier direkt weiter mit den City-Radio-Charts für all die, die es heute etwas schwerer hatten! Viel Spaß! Musik Musik Und, das war's! Make es heute los! Musik Auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020